Ah, ehrlich. Wie heißt jetzt hier die Butze? Ben-Erei. Alles klar. Da kämpft gleich er da. Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakior der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurid, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Kriegt man da von... Wenn man ein Kind kriegt, kriegt man mehrmals ein Bauenchen. Ist ja cool. Zeig mir dein Wasser. Zeig mir dein Wasser. Alles klar. Zeig mir dein Wasser. Aua. Jetzt beginnt wieder die wunderbare Suche nach dem Teleportstein. Liegt bestimmt hier irgendwie sowas rum. Hier steht was über Alchemie. Sehr schön. Hier. Die Dicken haben immer was zu sagen. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann hab ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon... Neuen Helm vielleicht? ...un unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Direkt Schelle. Dann direkt eine Schelle. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen. Von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal. Ja, der Sancho, der muss seine Pferdchen hier zusammenhalten. Oder wie sagt man? Da war irgendwas falsch. Guck mich nicht so blöd an. Ich wollte nur nach dem Dings gucken. Hey, Luca. Willkommen in Ben-Eri. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatz-Truhe. Aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Guter Mann. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich kriege eine Menge mit. Reden wir ein bisschen und hat sehr viel zu tun. Pass auf. Es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuert, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich die Sorge zu stellen. Ehrlich, aber dann bist du echt bescheuert. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke. Die kann ich dir verkaufen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst. Aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Der ist ja krass. Also sieh dich mal eine Beine um und verschaffe dir einen Überblick. Zeig mir deine Ware. Echt nur eine Hacke. Und 4000 Gold. Aber der ist ja krass. Sorry. Ich bin heute Morgen schon um 6 aufgestanden. Muss ich morgen auch wieder. Deswegen mache ich mir nicht so lang. Mach ihr keinen Ärger, klar? Aber der... Äh... Der wird das ganze Dorf mit einem aufmischen. Teleportstein. Nein. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Ich will, dass du sie erledigst. Haben sie schon aufgefressen. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Was macht ein Verwalter so? Ach, ich zähle das Gold. Organisiere die Wachen. Kümmere mich um die Sklaven. Halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran. Ich will, dass du die Zähne Mistviecher erledigst. Das erkennt er dann schon von großer Entfernung. Ah ja, das sind die Zähne. So, hier vielleicht. Nein. Okay. Ich lasse mal lieber nichts mitgehen. Ich bin immer so schlecht gelaunt. Ah, die Stadt ist ja noch größer. Oh, guck mal hier. Oh, ich seh, wie irgendwie kommen mir die Namen alle so bekannt vor. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist nehme ich an. Und Schnappsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader. Und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal die Runde drehen. Eigentlich liebsten wollten ja eigentlich nur Gold erschaffen. Mach das doch. Muss aber ja nicht. Haben ja Goldmiele da. Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Kannst du mir was beibringen? Na klar. Tränkebrauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für deinen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst zehn Kaktusblüten bringen. Hier sind deine Kaktusblüten. Gott sei Dank nehme ich alles immer mit. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Bring mir was über Alchemie bei. Das da muss ich machen, ne? Dazu bist du noch nicht bereit. Genau, ich brauche erst Make Poison. Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Im Grunde genommen ist Gift nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemie-Tisch. Kipp alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Dafür habe ich jetzt nicht genug Lernpunkte. Da fällt mir genau ein Lernpunkt. Na danke. Für Permanent Potions auch. Zeig mir. Äh, aber Gift könnte hier mal. Poison oder Poison. Da gibt es zwei unterschiedliche. Lizard-Tanks oder Bloodfly-Stingers. Hm. Kaufe einfach alle drei Sachen. Habe ja noch das ein oder andere, was ich hier verkaufen kann. Oh, die sind halt richtig was wert. Und die Bögen auch. Sonst, was haben wir hier noch? Lion. Transforms the user into Lion. Ne. Das brauchen wir nicht. Nö, sonst, äh, doch die Viles nehme ich noch mit. Eusebio, geh mal weg. Ich will an den El... Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Irgendwas ist mir ganzes Auge geflogen. Oh, Televorderstein. Ich glaube, ich spinn. Herrlich. Jetzt haben wir... Entschuldigung, aber irgendwas... Irgendwas ist mir am Auge. Ich bin mir sicher, du hast keinen Ärger haben. Ich ruhe mich. Du solltest jetzt gehen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Toll. Das war ja eine Riesenmine. Boah, echt? Reiben macht's nicht besser. Schon wieder... Habe ich schon wieder in die Chilis gelangt. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich seh mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Oh. Fuck. Oh, shit. Und ich hab natürlich alle meine Schwerter verkauft, ne? Wenn ich dein Gold nehme, diese Waffe nehme ich besser mit. Muss ich halt ins Paladin-Schwirt nehmen. Wenn ich den jetzt hier verprügeln, die Jungs ja irgendwie alle ein bisschen pisst, ne? Geh. Geh in die Arena, ja, ja. So, jetzt einmal mit dem Blitz. Zeig mir, was du kannst. Sag mal, es geht bei ihm eigentlich ab. Ja, aber guck dir mal an, wie der ausrastet. Das ist für mich. Der hat meine Waffe. Ich glaube, ich muss jetzt hier leider ein bisschen... Habe ich gespeichert? Oh. Sind natürlich alle gut gelaunt, oder was? Nein, ich gehe jetzt nicht. Ho ένα. Ja. Da. 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 ja das kann ich auch lernen was er kann aber dafür hat mir noch das nötige kleingeld und durch noch ein paar erfahrung nicht mehr zu holen da ist nichts mehr meine knochen geschehen scheinbar war es ihm nicht so will dass ich ihn verprügelt habe weg mit der waffe die anderen jungs diesen anscheinend schlecht gelaunt du kommst mir nicht theoretisch wenn ich jetzt alle einzelnen verbrühe vielleicht auch nicht wie viel habe ich denn davon gehabt scheinbar 2400 da will mich jeder umhauen muss mich jeder einmal umhauen oder das ist für mich hätte ich lieber gleich alle auf einmal genommen weil dann hätten nämlich nur einer mit gold geklaut der anderen problem nein ok ich glaube es reicht heute nicht mehr so ganz um das noch zu lernen ich gehe jetzt noch mal in die stadt da die andere in level 34 das passt ja ich glaube das lerne ich heute nicht mehr so weit kommen wir schnisch mal hat es ja irgendwann auch nicht mehr so weit kommen wir schnisch auch nicht mehr so weit kommen wir schnisch mal Okay. Da. Ja, da will ich hin. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Benzala, Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen, aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Untote in Benzala? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Äh. Äh. Geh einfach hier und halte dich fern von Benzala. Was hast du jetzt vor? Na was wohl? Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen. Aber nicht gerade die besten. Soll ich Luca reingeführt verbreiten? Nee, im Moment doch nicht. Noch nicht. Wer weiß, vielleicht will ich doch mal noch hier ein bisschen Ärger machen. Sancho schickt mich. Ich soll ein paar Sklaven nach Lago bringen. Nach Lago also. Und hier darf die Ausbeute natürlich nicht weniger werden. Na schön. Pass auf. Schnapp dir den Ausgezehrten. Ihn und seine Kollegen können wir entbehren. Ach, noch eine Sache. Wenn du schon mal in Lago bist, dann bring mir doch ein Paket Sumpfkraut mit. Ich zahle dir doch einen guten Preis dafür. Da habe ich doch schon eins dabei. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Sehr gut. Vater der Hilfe. Dafür kriegt man eigentlich nie. Dann will ich mich mal erkenntlich zeigen. Nun, das hat mich wieder ein... Was? Nun, ich arbeite schon ziemlich lange für Sancho. Klar, er kümmert sich um den Tribut für Zubillen. Aber glaub mir, es bleibt genug für ihn selbst. Der Film ist so langfam. Worauf willst du hinaus? Nun, ich könnte dich mit einer stattlichen Summe Gold zum Sklavenhändler nach Praga schicken. Und? Natürlich tun wir nur so als ob. Und unterwegs wirst du leider von Nomaden überfallen werden. Wenn du das Sancho erzählst, kriegst du 500 Goldstücke von mir. Bist du sicher, dass er mir das abnimmt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es dir nicht anbieten. Überleg es dir. Eine kleine Lüge bei Sancho und wir sind im Geschäft. Dirty Doings. Habe ich jetzt hier schon mal... Halt! Keinen Schritt weiter. So, du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Das heißt, ich durfte jetzt hoch, oder was? Nein! Okay. Gut, dann halt nicht. Du solltest jetzt gehen. Erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. Du wirkst ziemlich... Ausgezehrt? Naja. Ja. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen buddeln. Die anderen kleine Kopf. Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit mir. Klar doch. Wir sind ja noch nicht völlig im Arsch. Ich bring dich weg. Gut. Gerade eben noch so. Oh, was scheiße. Gut. Alles klar. Ich komm mit. Nun geht's. So, wieder schön an allen Gegnern vorbeirennen. Ich glaube, ich verhaue aber den Typen mit dem Löwen. Och, wo sind sie denn? Hm. Einer reicht mir. Willkommen in der Wegfindung von Gothic 3 NPCs. Hallo. Okay, das sind die restlichen. Die sind relativ entspannt. Nur eher hier oben. Kommst du jetzt mal wieder hier runter? Ja, im Moment darf er. Ich glaube, dem hat die Sonne schon mega das Hirnweg spritzen. Ich finde es aber auch gut, dass sie den einen mitnehmen und die anderen laufen halt irgendwie wir auf der Straße rum. Den Vorarbeiter, den muss ich mitnehmen. Den muss ich zeigen, was er machen soll. Kommt der jetzt auch mit? Oh, er kommt. Redig stolz auf ihn. Wo muss ich denn eigentlich hinbringen? Wahrscheinlich hier schon an die Mine. Dein neues Zuhause. Wir sind da. Na toll. Schon wieder hacken. Tja. Los. Fangt an zu arbeiten. Ist ja schon gut. Wir werden arbeiten. Aber wie gab es 20 Reputationen? Das war ganz gut. Nervt mich so ein bisschen, dass man so viel Reputationen natürlich nur kriegt, wenn man in der Arena kämpft. Und da bin ich ja eher so untalentiert. Äh... Wo war ich denn? Lago ist 15. Sibos Fast in Dreams. Den Desert Lion, den können ich noch auf jeden Fall ummähen. Da ich habe schon mehr... Prager habe ich 80. Sehr schön. Ne, den Desert Lion, um den kümmere ich mich jetzt. Und dem ist ein Löwe, ist eh schon tot. Entschuldigung. Oder? Wie sieht es denn aus? Bei den Nomaden habe ich 10. Bei den Hass... Hass-Sixi... Hass... Hass-Sixi... Hä? Hass... Hass-Sixi... Hass... Hass-Sixi... 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 Woa! Och nö, ey. Da ist so einer der Maschinen-Gibwehr-mäßig... Die... Dings rausballert. Oh, das hasse ich. Mag jetzt ne echt furchtbar anstrengend in dem Spiel. entschuldigung auch ernst dann habe ich das mal gespeichert